Ja, ich bin Beno Neuer. Ich bin auf der Alp Hinterfeld. Sechs Sommer bin ich jetzt hier. Morgen gehen wir den Fee runter, Wasser, den Alpabzug. Ich gehe in die Freude in die Sache. Die Tiere nach Hause gehen. Das ist immer ein Highlight vom Jahr. Im Alpsommer kann man die Tiere wieder gesund zurückgehen. Gestartet sind wir diesen Sommer mit 107 Melken Kühen. 30 Rinder und 40 Säu, die die Schotten saufen. Mit der Zeit gehen die Kühe kalt. Also werden sie trocken gestellt. Etwa zwei Monate bevor das Kälbchen wieder überkommt. So können sie Ferien haben. Die Säben gehen dann zu den Rindern hinteren. Die steileren Gebiete, unzugänglichere Gebiete. Wo man sie nicht zum Melken holen muss. Speziell ab, ab zu gewassen. Die Tiere sind sicher. Viele Tiere geschmückt. Und schöne Tiere. Wenn man von vorne nach hinten schauen kann. Schöne Bilder mit diesen Fünffingerstöcken. Und vor allem mit schönem Wetter ist das einfach etwas Schönes. Ja und heute sind wir am Morgen um halb drei aufgestanden. Kühe gemulchen. Kühe bereit gemacht. Damit sie noch etwas liegen können. Und danach ist die Nervosität natürlich schon riesig. Wenn es da gegen den Alpenzug zugeht. Wenn es zum Schmücken geht. Und das Dreicheln anliegen. Dann ist natürlich die Nervosität riesig. Und die Frau ist natürlich auch riesig aufs Ablaufen. abschließt die Nervosität. Sie sind jetzt von Schmücken im Leben. Die Frau ist hier in der Mitte. Sie sind hier mitvorderlich. Über die Frau ist immer nicht gegangen. Mit der Frau ist die Frau ist hier. Sie sind hier in der Zeit. Sie sind hier in der Mitte. Sie sind hier in der Mitte. Sie sind hier in der Pfalte. Sie sind hier in der Pfalte. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020